Ich habe einen Text mitgebracht, der handelt von einer Nacht, die eigentlich so ist wie jede andere Nacht und trotzdem wie jede Nacht auf ihre eigene Art und Weise ganz besommert. Eine Nacht, kühler, versacht, von ihrem eigenen Silberbedacht, heller als der dunkelste Tag und dennoch dunkler als die hellste Nacht, kälter als das für unser Lächeln verdient, und miese Regen und Stille zwischen den Herzschlägen, die immer wieder, immer wieder neu erwachen, den Tags lautstark entfachen, weil er weiß, heute ist die Nacht, diese eine Nacht, und er küsst sie aufgeregt, sagt, zitternder Atem und ein weiterer Kuss, ein weiterer Kuss, wer hätte gedacht, dass Liebe im Rhythmus mit dieser einen Nacht verschmilzt, dem übertrust der Dunkelheit zur hellsten Feuer gedeiht und er flüstert, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, zwischen dem Herzschlägen diese Teilen, die stillen und meiden in dieser einen Nacht, ein paar Meter weiter in der Wohnung daneben, eine Mutter, geplagt von Dutzern Gedankenströmen, die sich alle zu einer Frage vergeben, wie geht es meinem kleinen Julian, es ist doch das erste Mal, dass er woanders schläft und er macht ihn manchmal immer noch ins Bett, ob die anderen Kinder wohl endlich aufgehört haben, ihn zu schikanieren, vielleicht, weil die Klassenfahrt ja doch keine so gute Idee, aber wenn ich ihn jetzt anrufe, würde es sich vermutlich bloß genieren. Und einige Kilometer entfernt weiß sich Julian im Stockbett des sechsten Busch im Zimmer seinem nassen Laken hin und her, sein Gesicht glänzt wie der Sternentil über dieser Nacht in kalten Tränen schweiz und er fragt sich, warum ruft meine Mama denn nicht an, es genüge ihr ein kurzes Klingeln, damit ich endlich weiß, ob Philipp mein Handy hier im Zimmer versteckt hat oder sonst irgendwo, wieso bin ich denn nur mitgefahren, morgen früh wird jeder dann erfahren, bis ich noch Bettmesser bin und das macht die Woche richtig, richtig schlimm, auch könnte ich jetzt nur mit meiner Mama reden. Und sein Herz klopft laut in diese eine Nacht hinein, in den kurzen, kurzen Pausen, der einst erfüllten Stimme zwischen Muni und schnellem, viel zu schnellem Herzchen pocht das Herz von Philipp im Bett darunter. Obwohl er schläft, klopft es, als wäre er munter und trenne und trenne und trenne, als erkenne, erkenne, erkenne er gar nicht den Unterschied zwischen Traum und Realität, denn er träumt denselben Traum wie immer. Dieser Traum wirkt gar nicht schlimmer als seine tatsächliche Realität, seine Realität, der schlimmste Traum. Und im Rhythmus seines Herzschlags geschieht der Schlag des Vaters, der Mama aus dem Boden trischt und Philipp hört, wie sein Vater getrunken hat, den Ort sitzt, spürt es, den Schlag auf seiner eigenen Wange brennen und Philipp will noch rennen, rennen, rennen und sein Herz schlägt und im Rhythmus mit dem von Julian, der Philipp schläft und Julian weint und ihre Herzen schlagen wie Trommeln im Beat und im Offbeat und diese eine Nacht hinein. Im Zimmer, zwei Stockwerke tiefer, liegen die Eigentümer dieser kleinen Pension Rücken an Rücken im Bett Handels und Linder. Und ihre Situation ist nun ja in Expansion voneinander, durch Emotionen durcheinander, denn alles, was sie wollen, sind ja nur Kinder. Aber jetzt, nach der zweiten Fehlgeburt, denkt sich Linder. Na ja, vielleicht sollten wir es doch einfach lassen. Und Hannes hat Angst, Linder anzufassen, weil sie dann vielleicht wieder in Tränen ausspricht und er kriegt doch denselben Schmerz, dasselbe Gewichte bei Linder. Sieht das irgendwie nicht. Und all diese Schulkinder ständig im Haus machen das Ganze doch nicht wirklich leichter als anfangs gedacht. Und ihre Herzen schlagen langsam, fast glaublos, in dieser eine Nacht. Ebenso behutsam, aber irgendwie grausam und mühsam pocht das Herz von Gendin, der der Mutter von Hannes, denn sie kann wie so oft nach dem Tod ihres Mannes nicht wirklich einschlafen. Fast vor 60 Jahren trafen sie einander das erste Mal. Und 60 Jahre, das ist einfach wirklich unglaublich lang, aber immer noch nicht lang genug. Und in Gedanken sieht sie ihn wieder im Anzug von Meitalen. Diesem Anzug, der noch immer im Kleiderschrank hängt, den er auf dem Hochzeitsbild trägt, das über ihrem Bett hängt irgendwie. Wie hört Gelinde sogar aus seinem unregelmäßigen Herzschlag, als liege er gerade eben auf seiner Seite des Bettens, atmete leise pfeifend ein und aus und hinterließ sie mit jedem Atemzug einen sachten Geschmack von Tabak im Raum. Und Gelinde fragt sich, wie lange, wie lange, wie lange noch, bis ich wieder bei ihm bin. Und als die Sirene eines Rettungswagens in der Ferne auf heute kommt, wenn sie wirklich eine Träne hinunter, weil sie eine schicksalshafte Nacht erinnert wird, in der ihr Hubert genommen wurde. Wie es der zufallste will, so heißt der Mann, der im Rettungswagen gerade um sein Leben kämpft, auch Hubert. Doch er ist das Mütter 30 und seine vor zwei Monaten eingetraute Frau hält seine Hand, während ihr im Sturz noch die Tränen hinunter rinnt. Bitte, lieber Gott, betet sie das erste Mal seit Jahren. Bitte, lasst ihn in den Kampf um zu überleben, gewinnen. Bitte, lasst ihn einfach leben, einfach leben, einfach leben. Und ihre Lippen, sie beben, ihre Augen, sie trägen. Und ihr Herz schlägt so laut, schlägt so laut. Und immer laut, immer laut, und versucht, für den Zweifel zu schlagen. Schlägt doch für ihn. Und er schlägt so laut, so laut, weil sie befürchtet, weil sie ahnt, dass seines gerade aufhört zu schlagen in dieser einen Nacht, die vielleicht wie jede andere Nacht erscheint. Und wie jede andere Nacht unzählige Herzschläge miteinander vereint in der Stimme. Inzwischen verweilt, nur ein wenig, ein wenig länger verweilt, um zu erkennen, dass man sich vielleicht gar nicht wirklich kennen muss, gar nicht getrennt sein muss über meinen, um nicht nur diese eine Nacht, sondern auch die Herzen in dieser einen Nacht miteinander zu teilen. Und das eigentlich nicht nur in dieser einen Nacht.